Hey ho und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Schwarzmarkt Positionsvideo. Wir befinden uns in der 123. Woche des Schwarzmarktes, Schnauze, beziehungsweise in der Woche vom 10.8. bis zum 17.8. Der Planet, auf dem wir unterwegs sind, ist Promethea, die Zone ist Meridian Metroplex und wir müssen hier an die große Kreuzung. Ich zeige euch natürlich trotzdem einmal den Weg, auch wenn es super schnell geht und rede währenddessen darüber, was es gibt. Diese Woche ist relativ wack, muss ich leider sagen. Es gibt kaum eine gute Sache, beziehungsweise wenn ich eine Waffe empfehlen würde, dann wäre es die Travelnator Shotgun. Die ist ziemlich solid und macht auch relativ viel Spaß, würde ich behaupten zumindest, macht sie mir Spaß zu spielen. So, gehen wir mal kurz nicht auf den Sack. Guck mal, hier kriegen wir auch... Eieieiei. Ich bin auf jeden Fall nicht gut im Zielschießen. So, wir sind auch schon direkt da und haben hier, da, ihr seht, ich kann nicht treffen, da den Automaten. Ähm, ansonsten haben wir statt der Travelnator, haben wir auf jeden Fall noch die Krakatower, eine Sniper. Ich bin leider absolut kein Sniper-Fan in diesem Spiel. Es gibt ein paar Sniper, die cool sind, Sandhawk, beziehungsweise Monocle, finde ich auch noch relativ geil. Ähm, ha, der Rest ist so eher solide und Krakatower gehört definitiv eher zu den, meiner Meinung nach, schwächeren. Auch, wenn der Schaden, beziehungsweise Brandschaden relativ gut ist. Ansonsten haben wir das Schild, Black Hole. Ich bin... Ich kann es immer nur wieder sagen, ich finde die ganzen Schilde gar nicht mal so geil in diesem Spiel. Es gibt Borderlands 2, das sind so coole Schilde. Wer will die ausmaulen? Aber leider Borderlands 3 nicht. Dementsprechend kann ich euch das Black Hole auch nicht empfehlen. Das heißt, von den drei Sachen kann ich euch wirklich nur die Travelnator empfehlen. Da ist aber dann auch wirklich eine Empfehlung. Das ist nicht so, ich muss was oder ich würde Sachen bringen, sondern die Travelnator ist echt cool. Die macht wirklich Spaß zu spielen. Ist auch wirklich solide. Und ansonsten, was ist das auch schon? Denkt bitte dran, wenn ihr mit dem Automaten interagiert habt, das heißt etwas gekauft habt, dann die Zone, beziehungsweise das Spiel verlasst, dann verschwindet der Automat für ungefähr eine halbe Stunde. Nach der halben Stunde könnt ihr wieder hingehen und der Automat hat immer noch die gleichen drei Waffen, allerdings mit neun Rolls. In der halben Stunde könnt ihr machen, was ihr wollt. Keine Ahnung, saugt mal eure Bude oder farmt halt einfach für Geld, um es danach wieder im Automaten auszugeben. Ansonsten nochmal kurz zur Erinnerung. Wir sind auf dem Planeten Promethea, auf der Zone Meridian Metroplex und müssen hier, also einmal spawnen hier und müssen einmal zur großen Kreuzung und dann von der Kreuzung seht ihr ihn direkt, aber um genau zu sein, sind wir genau da. Das soll es auch gewesen sein für diese Woche. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! .